Schönen guten Morgen, ich bin der Detlef, fahr den Blick und seine Crew und jetzt ist es Zeit für den ersten Kaffee. Und als erstes frühmorgens wird die Kaffemaschine geschickt, weil das ist extrem wichtig, weil wenn man keinen Kaffee hat, kann man nicht fahren und wach werden. Ich habe gestern natürlich alles schon bereit gelegt, damit man hier nicht groß noch rumrennen muss. So, und als nächstes, wenn ich einen Kaffee gedrückt habe und einen geraucht habe, ich hole eine Frontlounge und gucke, ob die Bande ihre leeren Flaschen und Büxen usw. weggeräumt haben, damit es beim Fahnen nicht halt runterfällt. Vergessen die ganzen Kaffee, warum auch immer. So, und da geht es jetzt schon mal los. So, viertel volle Büchsen. Volle Büchsen geht natürlich ja nicht. Müssen wir gleich nach vorne gehen, die müssen wir ausgießen. Das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Was ist das für ein Double, der zum Teufel hat, der Weichbechen zum Fahrhaus schweißen. So, jetzt noch die Mütze in der Woche. Machen wir das Kabel dabei ab. Und dann machen wir los. So, jetzt noch die Mütze in der Woche. So, jetzt noch die Mütze in der Woche. Und in genau 6 Minuten wege das Fahrzeug starten und dann fahren wir los. So, jetzt noch die Mütze in der Woche. 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 Schiff. 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 Schiff.